Tag Dirk, Mensch, siehst du gut aus? Was ist passiert? Ich habe aufgehört zu rauchen. Das ist schade, weil ich habe gerade am Tax-Free-Shop, am Flughafen, habe ich zwei Stangen Zigaretten für dich gekauft. Willst du nicht? Willst du ein Stück Schokolade? Nein, das macht viel zu dick. Dirk, du hast noch nichts dagegen, wenn ich rauche. Nein, gar gar... Überhaupt nicht. Da darf ich dir helfen? So, hier sind wir. Sag mal, wie lange rauchst du schon nicht mehr? Darf ich deine Uhr sehen? 19 Stunden, 37 Minuten und 4 Sekunden genau. Und macht dich das nicht wahnsinnig nervös und gereizt? Nein, 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 überhaupt gar nicht nervös. Nein, 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 nein. Nein, 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 SPEAKst du dir? Streit um Kuh. Sechs Tote. Bordelle legalisiert. Die Deutschen streiten sich immer mehr. Anspruch auf Fahrstuhl. Was steht da? Du hast doch nichts dagegen, dass ich rauche. Gar nicht. 1,5 Mio. Mark Rebicic. Bespielbar. Und der Bürger zahlt. Gefängnisskandal in Rome. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Dirk, kannst du mal eben meine Zigarette halten? Dann muss ich mal eine Notiz machen. Kannst du mal eben halten? Ich muss das aufschreiben. Das ist so toll. Halt mal fest, ja? Danke, danke. Hey, das ist toll. Das war gestern Invasion des Schmidts. Alles in Essen waren 5000 Leute, die Schmid hießen. Stell dir mal vor, das wäre ein Telefon gewesen. Für Herr Schmid. Und zweieinhalbtausend Leute hätten aufgestanden. Und dann ist doch logisch, dass... Hey, musst du mal lezen, ne? Das ist wirklich wahnsinnig. Das ist wirklich toll. Das ist irre. Ja, ja. Entschuldigung. Lods- und Unterbrechensstreich. Die Französische Fluglods, die wollen vor einer Woche wieder aufgenommenen Boomelstreich an kommenden Montag zwölf Uhr oortzeit unterbrechen um neue Verhandlungen mit den Verantwortlichen des Transportministeriums zu ermöglichen. Übermaß an Wiebe. Wie bitte? Ich muss eben weg. Ja, ich werde verlangt, ich werde verlangt. Widerspruch. Ja, ich werde verlangt. Ja, ich werde verlangt. Na, ja, ja. Ja. Hey! 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 Du hast deine Zigaretten vergessen! Nein! 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 Ist das herrlich, sich wieder ein Mensch zu fühlen?